Meine Damen, meine Herren, wir danken Sie, Monsieur, Ladies and Gentlemen. Ich bin Timothy Trust, das ist Diamond und wir möchten Ihnen gerne noch etwas zeigen. Diamond kann Gedanken lesen. Ja, nicht alle Gedanken, die Herren können entspannt weiterdenken. Meine Damen, meine Herren, sind Sie jetzt so nett und nehmen jetzt jeder irgendeinen Gegenstand in die Hand. Greifen Sie zum Tisch oder greifen Sie in die Taschen, also möglichst in die eigene. Und nehmen einen Gegenstand und halten diesen sichtbar in die Höhe. Diamond kann nicht sehen, was es ist und dennoch wird es Ihnen sagen, nur durch die Kraft der Gedanken. In English, take any object, hold it up in the air. Diamond cannot see what it is, but she will tell you only by the power of my mind. En français, in English, take any object, hold it up in the air. So you will be able to see what it is, but you will be able to see what it is, but you will be able to see what it is. Auf türkisch? Das war, nimmst du Sachen aus der Tasche, hältst du hoch, bring den Wind, dann komplett sein lassen. Also, ich möchte von dir den ersten Gegenstand überlegst, mein Diamond, du konzentrierst dich, ich möchte jetzt. Thomas, da ist dein erstes Objekt in deinem Gedanken, ich sehe Metallbesteck, du denkst an einen Löffel. Das stimmt. Stimmt. Da ist etwas weiteres, etwas zu essen, nur was, dein Stück Karate in deinen Gedanken. Das stimmt. Ja. Jetzt bitte konzentriere dich darauf. Ja, da ist ein Schild, das ist ein Schild für besonderes Essen. Das stimmt. Ja. Applaus für Diamond, meine Damen und Herren. Sehr viele Informationen in deinen Gedanken, Namen und Zahlen, die gespeichert sind. Das muss ein Telefon sein, ein Handy. Ich kann ein iPhone erkennen. Nenn das Modell. Das ist ein iPhone 5. Das stimmt. Ja. Jetzt das hier. Eine Karte. Jetzt bitte genau. Ich sehe eine Schlüsselkarte. Ja, überlegen mal, wo der Herr übernacht, konzentrier dich. Und wenn du von dir das so fällt. Das ist das hinten. Das stimmt. Ja, stimmt. Die Zimmernummer. Das ist das Zimmernummer. Das war ein Schwarz, ja. Nein, du bist. Sehr viele Bilder, sie kommen näher und werden immer schärfer. Da ist deine Brille in deinen Gedanken. Da sind es bestimmt ein bisschen das hier. Ja, da ist etwas Persönliches. Persönliche Daten auf einer Karte, eine Visitenkarte. Du bestimmst den Vornamen von dem Herrn. Das ist Bernd. Das ist Bernd, oder? Absolut richtig. Zweite Gegenstelle. Was zählt dieser Herr für eine Unterhose? Ich sehe auch wieder bei diesem Herrn in den Leoparden-String-Tanga. Stimmt, was? Es stimmt. Ich sehe Metall in deinen Gedanken. Metall, es kann etwas, irgendein Schlüssel ist da zu sehen. Ja, ich möchte die Marke, das ist schon ein Wagen. Ja, das ist ein Auto. Ich möchte das hier. Ich sehe sehr viele Bilder, Erinnerungen, die gespeichert sind. Das ist ein Fotoapparat. Ich möchte die Marke hier an. Ja, ist das eine Olympus? Das stimmt. Ja. Das ist eine wunderschöne Form, mein Herz ist da zu erkennen. Ja. Wom geht's da? Das ist der vom Flughafen, also ein Flugzeug. Ja, ich möchte hier airline, konzentriere dich. Ich denke, das geht. Das ist Air Berlin. Das stimmt. Das ist von Air Berlin, ja. Ich möchte wissen, welche Gegenstand das hier ist. Das ist ein Profil. Du sagst, was drin ist. Ich erkenne eine Art Luftballon. Das ist dein Gerät. Das ist dein Gerät. Vielleicht das hoch bei den Damen. Ja, das ist nicht sehr viel. Ich spiele Feuer in Feuer. Das scheint deine Kreditkarte. Das ist eine Kreditkarte, oder? Verrat mir als nächstes die Kreditkartennummer, dann können wir alle was überweisen. Du bestimmst mir die Nummer. 7-0-0-2-1. Du weißt, stimmt. Den PIN-Code. Das war ein Spaß. Das war ein Spaß. Beide gegen Schädenstein. Das ist dein Tankgutschein. Ja, sag den Wert als nächstes. Das sind 44 Euro. Das stimmt. Ja. Das ist dein Führerschein. Ich möchte jetzt den Vornamen von dem Herrn. Das ist Martin. Bitte, überlegen wir mal, wie sein Zweitname ist. Ich möchte sagen, von wer heißt es. Das ist Johann. Das stimmt. Jawohl. Das ist richtig, oder? Du weißt, welches Geburtsdatum Martin Johann hat. Verrat sein Geburtsdatum, ohne dasselbe. Martin hat am Juli Geburtstag, am 26. Juli. Das stimmt. Jawohl. Ich möchte die Früherschein-Nummer wieder anbekommen. B-1-5. So weit stimmt. Jawohl. Will die nächsten? Eine Null. Ich erkenne noch eine Null. Will die weiter? Eine weitere Null ist es. Das stimmt alles, Martin? Jawohl. Nichts abgebrochen? Nein. Sind wir damit beim Schluss dieses Gutes? Ich hoffe, Sie haben alle mitgegeben, alle Angaben leider ungewehrt. Dankeschön. Ich hoffe, Sie haben alle mitgegeben, alle mitgegebenen.